Oh, Halime hat echt gute Bilder bei Instagram. Nicht schlecht. Harry Potteri! Was machst du da in deinem Zimmer? Harry! Harry Potteri! Ah, der schläft! Oh, ihre Bilder bei Instagram sind echt sexy. Ich muss Halime mal schreiben. Nicht schlecht. Das scheint Lombä. Mach was! Harry Potteri! Was machst du da? Der Giftzwerg schläft. Dann schlaf mal weiter, du kleiner Hosenscheißer. Harry, du bleibst hier. Ich bin dein Adoptivvater, du kleiner Hosenscheißer. Nein. Geh zur Seite, fette Idiot. Du bist doch hässlich wie dein Vater. Fett, sag, ich steck das in dein Auge. Ich rufe gleich die Polizei. Halt, los. Mach Anzeuge. Du bist genauso eine Brillenschlange wie dein Vater. Du bist so fett, du brauchst zwei Sitze im Flugzeug. Wer ist da? Was ist das bei dem? Herr Ferrari? Just park the car on me. Would you like a woman while we have parked them? Hey, come on! Hey, watch! Hey, watch! Hey, watch! Hä? Halime, geh und putz deine Zähne bevor du mit mir redest. Du hast Mundgeruch. Und fasst du nix an meinen Ausdir? Ron Veseli und Halime, John. Ron Veseli, wie kann man eine Rata? Damals haust dir, du Opfer. Hey! Hey! Patiri! Hey, ich war in Albanien mit Hasbulla. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß im Urlaub. Sogar mein Hund hatte viel Spaß. Nimm die scheiß Ratte weg vom Esstisch. Ich fahre schwarz, hab kein Ticket. Wer ist das? Irgendein obdachloser Penner. Er stinkt nach Alkohol. Hey, ich glaube, er ist besoffen. Sollen wir ihn ausrauben? Ja, klau sein iPhone. Ich muss euch sagen, ein Geheimnis. Dein Onkel ist aus Gefängnis ausgebrochen und will dich umbringen? Ja. Aber er will nur dich umbringen, nicht uns. Ja, genau. Ja, Heri, dann ist mir doch scheißegal. Werden wir sterben? Zug machen so, ich mache so, aber Unfall. Was ist hier los? Woher? Soll ich das wissen, du Idiot? Was verrat du? Diese hessische, zahnlose Vampir. Schmeckt super. Ich hoffe, das bleibt steckend in deinem Hals. Du fragst nicht mal, ob wir wollen. Willst du Schokolade? Willst du vielleicht eine Bombe? Habt ihr auch diese Frau gehört? Was für eine Frau? Da hat eine Frau geschrien. Geh mal zum Arzt, du Verrückter. Sie hat laut geschrien. Willkommen, ihr kleinen Scheißer, wieder in Hogwarts. Letztes Jahr sind hier wieder zwölf Kinder gestorben, aber keine Sorge. Der obdachlose Penner aus dem Zug ist ab jetzt euer neuer Lehrer und wird euch beschützen. Applaus bitte! Heri, das ist der Penner aus dem Zug. Vateri, was denn das für ein Hasnett? Verpiss dich, du Arschloch. Und mein neuer Bodyguard ist dieser Fettsack, Robertus Hagrid. Hallo liebe Kinder, mein Name ist Robertus Hagrid. Ich bin zwar fett und obdachlos, aber ich bin eure Lehrer, also kommt mit. So, genug geht auf, ich kann nichts mehr. Du geh da rüber, du mit hässlicher Brille, ab nach Hause. Das ist ein toter Vater. Gib ihm endlich eine Bombe, Heri. Komm, Heide, schneller. Das ist mein Haustier. Das ist Volkwutze. Hagrid, was ist das? Das ist eine Adlermissgeburt. Eine Mischung aus einem Adler und einem Pferd. Also, wer will anfassen? Na los, wer will? Sehr mutig, Heri, sehr mutig. Der hat bis jetzt in seinem Leben nur vier Kinder umgebracht, nix mehr. Also, Heri, komm. Hab keine Angst, Heri. Jetzt komm schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Komm, Heide, schneller. Er ist außer Kontrolle, Heri. Lauf weg, Lauf, einfach das Alon bringen. Kleiner Spaß, hier dein Essen. Heri ist reich, rauf du Osenscheiße. Deine Ohrfeige auf Popo, stopp. Los, falsche Wutze. H kijken! AAAAAH! Tapi B Helaushe, Spike, den Porsche ist zurück! Abracadabra Das war's mit dem Unterricht, nehmt eure Bücher und, ähm... Dankeschön. Bringt bitte unterschriebene Erlaubnis von euren Eltern nach vorne, ich muss das alles überprüfen. Aber Frau Lehrerin, meine Eltern sind tot, wie sollen die das unterschreiben? Das mit deinen Eltern ist mir doch scheißegal, Harry Potter. Und jetzt verschwinde, geh zurück in die Schule. Du hast Mundgeruch, alte Hexe. Vor langer Zeit hat Paitim Borscher meine Eltern umgebracht. Ich habe wieder angefangen, ihn zu sehen. In meinen Traum. Paitim und ich hatten damals eine Schlägerei in Unterricht. Ich habe meinen Zauberstab genommen und in seine Auge reingesteckt. Und so habe ich gewonnen. Ja, sie haben recht. Ich habe Paitim dann besiegt mit einem Zauberspruch, der heißt Aparkatus Infressus. Ich glaube, er ist zurück. Ich habe letztens gehört einen Schrei von meiner Mutter. Meine Onkel hat meine Mutter damals verraten. Und er ist jetzt ausgebrochen aus Gefängnis. Und Paitim ist zurück. Ich spüre das. Der Onkel von Harry Potter ist aus dem Knast ausgebrochen und will ihn umbringen. Und Paitim Borscher ist anscheinend zurückgekehrt. Mir doch scheißegal, was mit ihm passiert. Stell dir vor, ich sterbe. Schlaf, du kleiner Heri, denn du bist bald. Tod, du kleiner Hosenscheißer. Jo, Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, ein neues Video mit Harry Potter. Nichts vergessen zu liken. Kommentieren. Und Glock aktivieren. Freunde, wir haben wieder die Aktion, dass einer eurer Namen im nächsten Video bei Harry Potter dabei sein kann. Was ihr dafür machen müsst. Was müssen sie machen? Ganz viel kommentieren. Freunde, einfach euren Namen. Schreibt so viele, ihr könnt in Kommentare. Vielleicht ist euer Name dabei im nächsten Video. Ihr müsst Video liken, Video teilen, Freunde. Mehr nicht. Glock aktivieren. Das war's. Ganz einfach. Ganz einfach, liebe Leute. Und kommentiere. Und Freunde, checkt unsere Merchandise ab. Denn wir haben wieder Autogrammkartenaktionen. Wer eine Bestellung macht, Freunde, kriegt eine Autogrammkarte. Gerne abchecken. Folgt uns bei Instagram, Freunde. Alles unter der Videobeschreibung. Folgt uns bei TikTok. Folgt uns bei Twitch. Ich bin oft live und spiele Playstation. Manchmal ist auch immer auch dabei. Und ja, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Video mit Harry Potter. Vielleicht mit eurem Namen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.